Ich mach mal die Tür hier auf, damit wir hier mal wieder spielen und nicht nur lesen. Kann ich denn nicht dafür, ey? Wir sind hier nicht in der Schule, das ist ja ekelhaft. Ekelhaft, epic-käse. Voll ekelhaft. Zwischen den Zugwaggons durch kann ja eigentlich nur schlecht sein, da ist ne Ding ins. Soll ich bumm machen? Ne, ich hab mehr Munition. Ne, Hund! Koyote! Was auch immer. Der ist durch den Zug gelaufen. Ja! Geh weg! Geh weg! Lass doch mal nach, du! Alle! Weg! Ich schieße die ganze Zeit daneben! Willst du jetzt mal Grund? Der schiebt immer wieder auf, ey. Dämliches Viech. Ich. Jetzt. Ja, jetzt ist er hin. War ja typisch, ne? Erst nachdem die, die Dings kaputt ist. Die Falle. Dann kommen die auf uns zu. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Das ist noch ne Falle. Wuh, Wuh, Wuh! Uff! Die springt mir direkt an, halt. Uff. Mistvieh. Uah! Uff! Ah, scheiße, ich bin leer. Uff, aua. Haben wir's jetzt hier? So langsam mal? Hey, furchtbar. Ah! Komm mal, bleib mal in meiner Nähe. Ja. Ich hab'n Crowd. Crowd. Können wir beide gebrauchen. Ja. So, ich nehm' mal wieder die Pistole. Falle? Ach, da ist, die hab' ich gar nicht gesehen. Ja, ich grade eben schon. Ich wollte sagen, da ist ne Falle. Wart mal ab, wenn ich die zerschieße, dann kommen bestimmt wieder. In dem Moment kam der Hund um die Ecke. Apropos Hund. Wow! Hunde, links, hinter dir. Wow, wow. 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 Das ist gut. Oh. Läuft sie jetzt mal hin? Es läuft bei euch. Ah, ich bin leer geschossen. Warum kann ich die denn nicht abschlachten? Meine Fresse, ey. Viel zu viele Runde hier. Geht's hier zumindest jetzt mal noch ein Kraut, mit dem man sich heilen kann? Ich hätte noch Kraut da, aber halt. Hier geht's nach oben. Was ist das? Keine Ahnung. Granoni! Das ist ein Käfer, kann ich den wegbannen? Aua! Ein was? Wer hat denn da jetzt auf mich geschossen? Ach, ihr da? Okay. Ach, guten Tag. Ich glaub, der steht noch mal auf. Da hängt... Da hängt ein Käfer an... an diesem... Wo ist ein Käfer? Da ist ein Käfer. Ein Juwelenkäfer. Ach. Das ist anscheinend ein Schatz. Die sah halt sehr auffällig aus irgendwie, ne? Der hat geglänzt. Oh. Junge. Ach, die ist immer noch leer. Nein, wieder. Oh, Fliefi. Wo ist es denn jetzt? Da ist es. Ach, du hast es abgeschossen. Ja. Ah, ja. Gold. Da ist eine Falle. Ich hab nur noch drei Schuss. Soll ich dir dann übergangsweise die... äh... Schrotflitte geben? Ich... Mach... Ich schieß die doch nur leer. Ich sitze in einem Lohrenwagen. Was hat dich getötet? Hä? Da war eine... Ich saß in dem... äh... Minenwagen drin. Der Lore. Und die ist in so eine Sprengfalle gefahren. Ach so. Na gut. War ein bisschen ungünstig. Ähm... Wir können nicht mehr zurück. Nein. Oh, da liegt Gold. Wo? Hab ich nicht gesehen. Ja, du warst ja auch damit beschäftigt, mir zu helfen. Na guck mal, hier geht's nach unten, glaube ich. Oh no. Oh no. Nach unten. Ich will nicht nach unten. Da muss jemand an das Spiel You Don't Know Jack 3 denken. Kenn ich nicht. War so ein Party-Quiz-Spiel. War so ein Party-Quiz-Spiel. So ähnlich wie Buzz, glaube ich. Mhm. Oder damit kann man es zumindest vergleichen. Da hieß es dann auch, es geht nach unten. Oh, kein GPS verfügbar. Was haben wir denn hier? Eine Elektro-Lampe. Und ein Kraut. Oh, ich hab noch genug Platz. Ich hab eh keine Munition. Ja, dann mach du mal den Lampenträger. Ich, äh... Oh. Pumpgun ist leer. Oh, schön. Das heißt, ich hab noch... Ich hab noch die Pistole mit, äh... 53 Schuss. Danach ist Ende. Geh mal ein bisschen vor. Dann zieh ich nichts mehr. Uh, Schatten. Mein... Mein Schatten. Mein Schatz. So. Weggabelung. Links oder rechts? Da steht ein Kraut, da steht ein Kraut hier hinten. Warte, dann geh ich mal schnell hin. Da geht's auch nicht weiter. Super nice, super nice. Supergeil. Ich hab's mir letztens nochmal angeguckt, das ist immer noch geil. Nein, es ist... Supergeil. Kennst du Boneclings? Nee. Nee. Der hat sich das nämlich letztens auch angeguckt. Das ist so ein Ami, der macht so Reaction wie... Kennst du den Drachenlord? Da steht einer. Mit dem Drachenlord? Ja. Nein. Okay. Komm schon, komm schon. Headshot. Einmal. Bear. Das ist natürlich... Irgendwie komisch viel bei Ruhm. Komm, kann ich da aufschließen. Nochmal? Das macht Geräusche. Stehe wieder auf. Fällt es mal bitte um wieder? Blub, 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 blub. Hat aber nichts liegen lassen, ne? Was denn hier oben? Da oben ist irgendwas, was ist das? Da oben. Da. Soll ich mal schießen? Drauf schießen? Mach einfach mal. Das ist ein Einschussloch, da hab ich daneben geschossen. Ich dachte, das wär irgendwie ein Schatz. Oh, jetzt ist es weg. Ich dachte, das wär ein Schatz oder so. Da kommt einer. Ich will tanzen. Bis ich ihm ins Auge geschossen hab. Das andere Auge? Jetzt bist du blind. Bist du auf, dich zu dunkel? Na komm. Wie so subi. Den haben wir. Blub, 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 blub. Ist ganz schön dunkel hier unten. Hier oben ist noch sowas. Wirst du nicht mal vorgehen? Das glänzt aber. Das rote da. Ich seh' nix rotes. Genau da. Ach, da. Das stimmt. Hä? Hä? Wieso hat die... Hä? Wo hast du hingeschossen? Weiß ich nicht. Die hat sich gerade ganz komisch gedreht. Und die Karte ging an. Ah! Sie ist runtergefallen. Ah! Guck mal! Hast du die gesehen? Uch! Ich seh' nix. Wieso? Wo wollen wir denn? Hilfe! Ich glaub' mein Controller... Spinnt. Der... Ab und zu dreht er sich nämlich einfach mal... Oh! Ach, nö. Wenn ich den gleich trete, dann versuch du auch mal zu treten. Geht. Ja. Hat's erledigt. Okay, ich hab' noch 18 Schuss. Danach ist... Mau. Ja, ich hab' noch 3 Schuss in meinem Maschinen. Oh. Gold. Und Pistolenmunition. Die nehm' ich dann mal. Ja, ja. Ich lauf' hier eh mit der ollen Lampe rum. Blendgranate. Noch ne Blendgranate. Tja. Sind's immerhin 28 Schuss. Und ein paar Granaten. Ja. Fünf Brandgranaten, zwei Blendgranaten und eine normale Granate. Da, 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 da. Ich seh' ja nix. Das sieht aus wie ne Brücke. Aha. Ist ne Brücke. Und da vorne ist Licht. 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 Wir nehm' Licht. Und ihr auch. Vorsicht. Hallo. Ich dachte, die Lampe... Äh, die... Die Lampe. Die Brücke wird zusammenbrechen. Äh. Aua. Aua. Doch. Das hab' ich keine Früß mehr. Mit dem letzten Schuss. Oh, da sind noch zehn Schuss. Oh. Mit dem letzten Schuss. Schuss, Allah. Ich kombiniere mal hier rot und grün. Und benutze das mal für uns beide. Ich hab's mit deutlich mehr nötig als du, aber... Ich glaub' ja nur mit der Liste. Ich hab's schon wieder dunkel. Ich höre schon wieder nach... Ah, links. ...abzweige. Okay, einen hab' ich. Au. Ey, ich hab' dir in die Schulter geschlossen, wie ein Mistviech. Rout House. Boah, Pistolenmunition. So, gehen wir rechts oder rechts sind Fässer. Fässer. Und Kisten. Aua. Was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwas hat mich grad getroffen. Irgendwas hat wehgetan. Hm. Äh, gehen wir weiter den Weg oder... Ich glaub', das geht beides in die gleiche Richtung. Ich glaub', das ist... Das teilt sich hier nur in der Mitte. Ich seh' halt so schlecht. Ja, sieht so aus, ja. Hier ist noch ein... Hier ist noch nichts. Jetzt hier noch das seh' ich. Das ist noch ein Fass. Ach ja. Leucht' da so rum. Ja, ich lad' noch mal schnell nach. Wie gesagt, getan. Da vorne steht schon wieder einer und tanzt. Oh, schön. Und das auch direkt sind noch mal zwei Fässer. Und der hat was liegen lassen. Ja. Guck mal hier, dass hier keiner kommt. Das ist toll, Munition. Sehr schön. Hopp. Alles Schuss, Knopf. Jetzt hab' ich nen Schuss verballert. Hier liegt, ähm, Maschinengewehr, Munition. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So. Willst du mal nachladen? Habe nachgeladen. So. Hier geht's in den Gang rein. In einen Gang rein. Da ist noch Licht und Kartons und ne Kiste. Mit einem Diamanten drin. Mal hin. Gib Geld. Ah, jetzt weiß ich auch, was mir da wehgetan hat. In irgendeinem Fass, ähm... Ach, das ist eine Schlange. War eine Schlange drin. Und die springt einen dann an. Tatsache. Die schlängelt da rum, ne? Ja. Wo will die denn hin? Zu mir. Laufen wir einfach von vorbei. Aber da kann man nix gegen machen, oder wat? Also gerade eben der zweiten Schlange jetzt konnte ich ausweichen. Ah, okay. Der ist eine Schlange nicht, aber die hab' ich auch nicht gesehen. Da oben ist ein Kurbel. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Wird man dich loben. Ist das nicht besser, wenn ich das dreh? Na, du hast auch Munition in deiner Maschine, in deinem Maschine fährt. Vielleicht bleibt's auch oben. Sehen wir ja gleich. Nö, ich glaub'... Ah ja, jetzt... Geh du mal durch. Loslassen und rennen. Oh, okay. Oh nein. Bist du jetzt da hinten hin? Okay. Ich bin jetzt... Ich steh' noch immer vorm Tor. Ich konnte nicht durch. Und ich werd' mich jetzt wohl so lange verteidigen müssen, bis du einen Weg gefunden hast, das Tor... ...aufzumachen. Ah, hab' ich die Rohrzange... ...in der Luft weggeschossen, hä? Digga. Guckst du blöd? Also jetzt guckst du gar nicht mehr, aber... Ich bin durch. Okay.